This is Unit 1 of Hemsler's German 1. Listen to this German conversation. Entschuldigen Sie, verstehen Sie Englisch? Nein, ich verstehe kein Englisch. Ich verstehe ein bisschen Englisch. Sind Sie Amerikaner? Ja, ja. In den nächsten Minuten lernen Sie nicht nur diese Gespräche verstehen, sondern Sie selbst teilnehmen. Imagine einen amerikanischen Mann, neben einer deutschen Frau. He wants to begin a conversation, so he says, Entschuldigen Sie. Nein, nein, nein. Nein, nein. Here's how to say, yes, listen and repeat. Yeah, yeah. Woman answers, no, listen and repeat. Nein. Verstehen? Ja, ja. Nein. This is the end of Unit 1, and the end of today's lesson. Please continue with the next unit tomorrow. Ich verstehe kein Deutsch.